Seacrouds Und wir werden ganz kurz mal auf das Video eingehen Also wie gesagt, wir hatten 243 Aufrufe 23 Daumen nach oben Erstaunlich hohe Anzahl Wie das nur kommt Und wir haben 56 Kommentare gehabt Und wir gehen natürlich jetzt Wie ich schon gesagt habe Auf den YouTube Random Comment Picker Schmeißen hier unsere URL rein Und lassen ihn einmal suchen Und dann gibt es 55 Kommentare Und Das ist ja ein komischer Unterschied Ja, weil ich glaube ich einmal mitkommentiert habe Und deswegen werde ich schon mit draußen vorgenommen Okay Aber ich habe nicht kommentiert für einen Gewinn Sondern irgendwo noch was drunter geschrieben Ja, wir haben 55 Kommentare Das kann natürlich auch Am Abonnement liegen Wollt ihr das wahrscheinlich gleich mit abprüft Ja, und wir wollen Die Duplikate da nochmal rausfiltern Dann haben wir noch 54 Genau Und dann suchen wir uns doch jetzt gleich unseren Gewinner raus Da läuft der Common Picker durch Und Mike Kannapin Der hat seinen Ingame Namen genannt Hat hiermit Den ersten Premium Container Zur Verlosung der Großen Acht Also zur Sammlung Große Acht Gewonnen Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus Schön, dass ihr Alle so zahlreich mitgemacht habt Wir werden in der nächsten Zeit wieder Noch ein paar Aktionen in der Beziehung machen Und Möglicherweise jetzt demnächst auch ein Schiff verlosen Also Bleibt uns gewogen Bleibt interessiert Seid dabei Und Ja, würde mich freuen Wenn wir uns demnächst Zumindest im Kommentarbereich Wiedersehen Gerne natürlich auch mehr Ja Wir haben immer interessante Videos für euch Also Wie gesagt Vielen Dank Hat mir Spaß gemacht Die Diese kleine Aktion Ich hoffe euch auch Und dann Bis zum nächsten Video Haut rein Ciao Ciao Secret Outs Secret Outs Secret Outs Secret Outs Secret Outs Secret Outs